Herzlich Willkommen hier bei We Love MMA zu einem neuen Porträt, diesmal über den Fighter Mario Wittmann. Mario Wittmann ist Millionen von Zuschauern aus der Sendung Temptation Island VIP von RTL bekannt. In der MMA-Szene gehört er zu den Veteranen und hat 2017 schon einmal einen Anlauf auf dem begehrten We Love MMA Champions Gürtel im Mittelgewicht genommen. Mario unterlag damals dem jetzigen UFC-Fighter Dustin Stolzfuß. Jetzt, 2021, nimmt Mario Wittmann wieder Anlauf auf das We Love MMA Ranking System und will in einigen Monaten auch um den Gürtel kämpfen. Aber wie kam Mario Wittmann eigentlich überhaupt zu dem Sport? Angefangen hat das Ganze schon mit sechs Jahren, damals hatte er aber noch nicht MMA im Sinn, sondern ganz normalen Kampfsport. Dann hat er sich UFC 99 in Köln angeschaut. Ein großes UFC-Event 2009, also ist auch schon einige Jahre her und damals war Mario Wittmann live im Publikum dabei, hat die Kämpfe von der UFC gesehen und hat sich gedacht, das will ich auch machen. So kam er dann schlussendlich zum MMA. Die Motivation darin spiegelt natürlich den Geist des MMA wieder. Er wollte sich in allen Disziplinen messen und natürlich zum Beispiel als Kickboxer sich mit Judo-Cast messen, gegen Ringer messen und so weiter. Seine Stärken selbst sieht er ganz klar im Striking, hat aber auch nichts gegen einen guten Bodenkampf, er fühlt sich im Ring und auf dem Boden sehr wohl. Im Hintergrund sieht man auch Trainingseinheiten von Mario Wittmann und ja, dieses Training hat es in sich. Bis zu zwölf Einheiten pro Woche macht er in der Vorbereitung auch seinen Kampf am 2. Oktober. Selbst wenn er nicht kämpft, trainiert er weiter und das auch täglich, jedoch nicht ganz so intensiv wie eben in einer Kampfvorbereitung. Seine Vorbereitung hat im August angefangen und das auch mit einem Coach, der bereits UFC und Bellator-Kämpfer betreut hat. Sein Spitzname Fist of Buddha kommt auch nicht von ungefähr, denn mit 19 Jahren ging er nach Japan. Dort konvertierte er während seiner Kampfsportausbildung in einem Kloster zum Buddhismus. Das Ganze wird nochmal untermalt von seinem Buddha-Tattoo auf dem linken Handrücken. Und er hat auch wirklich schon überall trainiert, egal ob in den USA, in Asien oder in Russland. Nichtsdestotrotz bleibt er in seiner Heimatstadt Ingolstadt. Er selber betreibt ja auch zwei MMA-Gyms. 2006 wurde er deutscher Meister im Vollkontakt-Karate, bekam dafür auch die Sportler-Ehrung für besondere Leistungen von der Stadt Ingolstadt. 2009 kam er in die Top 10 bei der K-1, also Kickbox-Weltmeisterschaft. Mario Wittmann gibt auch allen jungen Athleten einen Rat mit auf den Weg, wenn sie sich überlegen, ob sie auch mit MMA starten sollen oder nicht. Er sagt, jeder, der darüber nachdenkt, in den Käfig zu steigen, muss sich im Klaren sein, dass das viel Arbeit mit sich bringt. Kill or be killed. Ein Ritual hat er noch vor seinen Kämpfen. Das Ganze hat er noch aus seiner Zeit in Japan mitgebracht. Denn ein Sprichwort sagt, wenn man in den Krieg zieht und bereit ist zu sterben, sollte die Leiche niemals stinken. Aus dem Grund duscht sich Mario Wittmann vor jedem Kampf. Er selber beschreibt sich als verbissener denn je. Deshalb wird er diesen Kampf gewinnen, laut seinen Aussagen. Und genau deshalb dürfen wir gespannt sein. Mario Wittmann sehen wir am 2. Oktober in Nürnberg im Käfig von WeLoveMMA, wie dieser Kampf ausgehen wird. Dafür müsst ihr dann live einschalten oder live vorbeikommen. Also kauft euch Tickets, freut euch auf das Event. Das war das Porträt von Mario Wittmann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.